Twinkle, twinkle, little star Schwerelosigkeit Bitte Kupplung aktivieren Gut Ich denke, oh, aus dem Dat Oh, voll Dat Geschwür Das ist ein Kasten, oh, Ripperklingen Ripperklingen mag ich immer Nachdem das ja, oh, der dreht sich Oh, wo, 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 ah Du Mistgeburt Komm her Einer fieser Dreckser Oh, noch einer So, eigentlich wollte ich ja das hier, die da Kiste, eh Stimmt was drin, ja Credits umsonst ist immer gut Nö Wie ging jetzt, ging jetzt der Zero-Sprung? Ach, mit Y, ah, ok Gott Ich denke mal, ich muss jetzt da diese Kacke verbinden Okay, das war eins Ach, war Du Kleiner Schulersack, gär Kranke Kacke, jetzt kann ich mich heilen, auch wieder So viel gute Munition verschwindet Und ich habe keine Stasis mehr Gibt es irgendwo eine Ladestation für Stasis Stasis, Stasis, wo bist du, Stasis Ach, hier vorne Gucken wir doch mal hier Ja, die Stasis brauche ich schon her Und die Stasis Das ist schlecht So, dann machen wir das auf dieser Seite drauf Komm, bitte, komm Eheh, 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 hallo Wawa Ha, in der Luft ein Arm und ein Kopf weggefallen Das sagt noch jemand, ich wäre ein schlechter Schütze, ja Also, so geht es ja wirklich nicht Ich habe da wieder Na, scheiß Fehler gemacht, oh mein Gott Ja, gut, bis 5.40 Uhr kann ich aufnehmen, sollten es 20 Minuten sein Ja, einmal der Blick auf die Uhr Zentrifuge Aktivierung der Zentrifuge Zentrifuge leitet Gravitation ein Zentrifuge aktiviert Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut Gravitation wieder hergestellt Eintritt ins Warko Mal die Luke zum Lüften öffnen Daher stinkt es nämlich so Oh, gucke mal ein Aufzug Ich liebe ja Aufzüge Sehr gut, Isaac Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100% Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben Yay, Spielkamerad Taaack, da gibt es Andy Leche Quer durchs Gesicht Brich auseinander Nervst Taaack, da fliegt er Oh, ich habe nur noch 30 Sekunden Sauerstoff Oh mein Gott Na, auf Isaac Gefolge dieses Ding wiederkommt Oh, Sauerstoff Ich habe nur insgesamt 70 Hä, da hängt das Viech an dem Ding Apropos Viech, da ist noch eins Hahaha Passt zu langsam Hihihihihi Ich hoffe, ich laufe jetzt hier richtig, weil sonst... Ja, sieht fast so aus. Ich hoffe mal, dass das der Aufzug ist, wo ich hin muss. Nein, ich bin nicht jetzt im Kreis gelaufen, oder was? Nö, doch nicht. Hätte mich jetzt gewundert. Auf jeden Fall funktioniert es wie diese Zentrifuge. Dank mir und meinem Können. Oh, Plasma-Energie. Wie sieht es überhaupt in meinem Betar aus? 25, 50, 55 Schuss. Luftkanister, die brauche ich überhaupt nicht. Wow! Was zum Teufel bist denn du? Alles klar! Ach, das hat die Löcher gebohrt. Interessantes, weil sich das auch. Supi! Hey, hey, hey! Muss ich jetzt hin? Ich mag nie mehr spielen. Ich mag nicht mehr spielen. Ich mag nicht mehr nach Hause. Hey, da läuft ein Fan. Da steht jetzt bestimmt ums Eck, oder? Tja, da macht man Gulasch aus ihm. Ja, schon langsam verlieren die Schock-Effekte, in Anführungszeichen, ihren Reiz. Weil man kann so voraussehen, was zur nächsten Part passiert, irgendwie. Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich hab mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich hab mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor Sie den Planeten angebot haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das Sie auf dem Planeten gefunden haben und das Sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Hm, Marker, das haben wir doch schon mal gehört, oder? In so einem Videotagebuch. Und ich finde es auch immer ganz toll, dass einfach immer so ein Klappwand-Fernseher im Helm mit drin hat. Da bin mal wieder Formel 1 kommt oder sowas. Kann er gleich anschauen. Das ist ziemlich praktisch. Ah, schon wieder Vakuum. Yay, Vakuum. Yay, yay, yay. Hey, was ist denn das? Luftkanister. Wer es braucht. Ich interessiere mich aber viel mehr für die Tue. Das ist nämlich Muni drin. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, Isaac, da gehen wir jetzt weiter, sonst holst du dir noch einen Sonnenbrand. So, dann springst du mal hier rüber. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, wir haben ja noch für 40 Sekunden Sauerstoff und hinter mir wedeln etwas. Ja, Hundis. Mach ich schneller als ihr. Komm, geh durch Eisweg. Ich mach uns. Boah, ist das laut hier drin. Hallo? Das ist wohl der Maschinenraum. Kommer aus. Wie lecker, hier sind überall die Krätze an der Wand. Hey, wer bist denn du? Der tut mir gar nichts. Tust du mir was? Ja, ich schieße dir trotzdem den Kopf runter. Nur um sicher zu gehen, ja? Ich vertraue dir nämlich nicht. Man kann auf diesen Dingen auch nicht laufen, fällt mir gerade auf. Lastenaufzug. Nee, 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 nee. Im besten Willen nicht. Vorne ist auch eine Tür. Und hier ist auch eine Tür. Oh, blendendes Licht. Ich höre metallische Geräusche aus der Wand. Tempo hier. Der Antrieb ist am Arsch. Ich kriege ihn nicht gestartet und bei dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich ihr Litterberg. Ich muss sie vom Schiff schaffen, hier ist es nicht sicher. Oh, das sucht auch jemand seine Freundin, aber ich glaube nicht, dass er sie noch finden wird, ja? Ja, was ist denn hier? Nix. Spinde. Technisches Lockbuch gerade gefunden. Sante Rüppelklingeln will. Organische Wucherung im Maschinendeck Update. Die nicht-indefizifische Wucherung, die bereits ein Teil des Schiffes zu sehen war, hat jetzt auch das Maschinendeck gereicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was für ein Zeug das ist. Und ich kann es nicht genau lesen. Es sieht jedenfalls so aus, als hätte jemand seine Innereien über die Wände verteilt. Aber es verbreitet sich schneller, als wir es entfernen können, was eine ganz schön eklige Drecksarbeit ist. Die Wucherung ist bereits in den Maschinenkranz vorgedrungen. Und wenn wir keine Möglichkeit finden, sie zu stoppen, wird sie spätestens übermorgen die Hauptkammer erreicht haben. Ich hoffe, die Docks arbeiten an einer Lösung. Ich kann da nicht viel machen. Gut, eigentlich wollte ich ja die Lippe klingen. Nein, die Lippe klingen. Uh, Powernode. Hm. Mach's mal Cutter-Energie. So. Ja, hier sieht's aus wie Arsch. Ne? Hm, das Geräusch ist herrlich. Flatsch, 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 flatsch. Hm. Äh, wann dat? Eklig seid ihr gar nicht, oder? Ich höre Geräusche. Das mag ich nicht. Oh mein Gott, mein Inventar ist voll. Ja, mein Inventar ist voll, ne? Da vorne sitzt jemand. Und ich denke, der wird wahrscheinlich aufstehen, so wie ich das Spiel kenne. Ja, der Topf aus von der Decke. Wooh, ihr schon wieder. Ich hauste diese kleinen Scheiße. Und du siehst so aus, als gehörst du hier nicht hin. Hm, hab ich mich wohl getäuscht. So, jetzt. Tja, du warst anscheinend schon tot. Aber man geht ja doch besser auf Nummer sicher, man weiß ja nie. Ripperklingen. Verdammt, mein Inventar ist zu klein. Hm. Ja, da musst du Luftknister dran glauben. Das hilft alles nichts, weil Sauerstoff hab ich im Moment genug. So, dann gehen wir mal weiter. Ach, an den nächsten Aufzug, oder wie, oder wat, oder wer? Ja, sieht so aus. Wo ja Aufzüge so... Geschenk Gottes sind irgendwie. Ey, da hängt schon wieder einer. Ha, verlier doch nicht den Kopf. Da ist auch ne Tür. Was für die Türen? Hallo. Das ist Peck. J.B. Iiiiih, das war die Überraschungskiste. Da war L drin. Zeug und Aliens und... ...so Sachen. Da vorne könnte ich wieder ne Power-Nut verschwenden, aber ich glaube, ich finde das gar nicht. Ah, hast dein Kopf lang. Oh, gehen wir da rein. Es ist voll flashig. Boom, boom. So, gut, dass das das noch gilt. Sonst wäre ich jetzt ein bisschen dünner um die Hüften. Oh, da höre ich dann schon wieder diese kleinen Scheißvieger. Oh, da habe ich nicht alle erwischt. Die sehen aus wie so laufende Tortellini. Können die mich auch täuschen, aber für mich sehen sie so aus, ja. Die Tortellini des Grauens, die dir in die Hauptschlagader hinspringt und dich aufsaut. Natürlich speichern wir hier jetzt mal. Diese Tür ist verschlossen. Wo sind wir denn hier? Zugang zur Antriebssteuerung. Achtung, extreme Hitze. Sämtliche Mitarbeiter sollten Schutzkleidung tragen. Ja, ich gehe da jetzt in kurzen Hosen rein. Hey, da zieht jemand den weg. Das geht bei mich. Lass doch mal den armen Kerl hier in Rio. Du hörst auf zum Laufen. Hier ist Laufen verboten. Kann ich hier etwas werfen? War doch gerade irgendeine Metallkirche. So. Das war ja easy easy. Ey, was ist denn da? Huch, das sieht groß aus. Guck mal, ich hab's da sind für dich. Ich würde sagen, wir stützen dich jetzt mal ein bisschen zu Recht. Und da bist du auch schon tot. Schau, wie der Fettsack fliegen kann. Ja, diese Fettsäcke haben eine Besonderheit. Man darf bei diesen Viechern nicht auf den Bauch schießen, ja. Also, ich weiß, ihr habt das Verlangen, ihn den Wanst wegzublasen. Aber das dürfte nicht sonst platzen da diese ganz kleinen, ekligen Viecher raus. Und dann haben wir die ganze Kacke nämlich hier am Dampfen. So. Ich würde mal sagen, wir zünden hier diesen Antrieb. Antriebssequenz starten. Yeah, Zündung. Ey, ja komm, Spielkameraden. Yeah. Was soll das? Scheiße. Jetzt springen wir ins Gesicht. Ich weiß, ihr wollt ein richtiger Junge sein, ich bin noch jung, aber... Das wird bei euch nicht mehr funktionieren, ihr festlichen Dreckstraßen. Ja, komm her! Ja, älger Menschenbau sagt, jetzt mal von... ...Welmultien oder Lego oder keine Ahnung. Ja, komm du auch noch, ich hab noch genug. Zack, 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 und zack, und da, jetzt bist du gerückt, zu dein Date. So. Das ging doch wunderbar. Lass, das ist noch gar nicht fertig. Antriebe bereit. Bitte zündungstätigen. Wow. Haufen-Temps. Inventar voll, ich glaube, ich hänge. Boah, ist das flashy. Scheiß auf den Sauerstoff, ich will Munition. Was ist mit dir los? Du zuckst ja noch. So, wo liegt denn hier noch Stuff? Hier liegt noch was. Oh, Rippenkling. Oh, und Kredits. Da gibt's bestimmt noch mehr, oder? Das ist noch ne Kiste. Nein, Isaac, trip. Genau. Nochmal Rippenklingen. Das ist ja... ...Ein Fest ist ja das. Nein, das war der falsche Knopf. Das ist ja die Weihnachten in Dead Space. Space-Nachten. Haha. Mit Isaac aus der Weihnachtsmann mit dem Rücken in der Hand. Zerstückel die bösen Kinder, weil sie nicht... ...weil sie das ganze Jahr über böse waren. Ja, so macht Weihnachten Spaß. Und ich laufe irgendwie verkehrt. Und ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt überhaupt rede. Ja, ich mach halt einfach. Ja, ich mach doch noch irgendwo mit, ich kippe. Ne. Gut, dampf das raus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Gott, ist das laut hier. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einen Geostadt. Warte, wir sind noch nicht geteilt. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offen. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in tausend Stücke verreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Gott, ich habe immer so eine Lauferei. Isaac, wo bist du? Ich bin's, Nicole. Oh, Nachricht von Nicole. Da hat sich ja der Anrufbeantworter bezahlt gemacht. Guten Tag. Hallo? Oh, wo kommst denn du her? Nicht mal bei dem Shop seines Vertrauens ist man sicher. Ja, wenigstens hast du rüberklingen dabei. Das ist doch auch schon mal was. Jo, dann kaufen wir mal ein. Ich brauche nämlich noch Kaffee und Milch und ein bisschen Zucker. Hm, es gibt immer nur noch Anzug Level 2. Das ist ein bisschen schlecht. Äh, verchecke ich mal die Halbleiter. Strahlenmotion brauche ich auch nicht. Impulsprojektive brauche ich auch nicht. Ripperkling habe ich bis zum Kotzen. Hm, ich habe 65.000 Credits und weiß nicht wohin damit, ja. Also, hm. Zwei, vier, ja. Fünf Plätze sind frei. Muss ich hier lang? Ja. Ich gehe mal davon aus. Wir gehen jetzt mal zur Monorail. Ich nehme einen Plasma-Krater. Ja. Und dann dürfte dieses Kapitel auch wieder geschafft sein. Aufgabe erfüllt. Jawoll, ja. Kapitel 3, Kurskorrektur abgeschlossen. Hohohoho. Wollen Sie speichern? Hm. Ja, speichere mal. Auf den unteren Spielstand. Wobei es eigentlich egal wäre. Kapitel 4, bevorstehende Vernichtung. Äh, das lädt so schnell, kann ich fast den Titel gar nicht lesen. Wahnsinn. Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das. AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Käpt'n erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. Sie, Sie wusste nichts darüber? Sie lügen doch. Augenblick mal. Ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Käpt'n. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond, aus.